Wie viele Klassenarbeiten darf man pro Woche eigentlich schreiben? Die Antwort, wie immer, es kommt drauf an. Und zwar, in welchem Bundesland du wohnst. Wohnst du in Hamburg, Brandenburg, Bayern oder Nordrhein-Westfalen? Dort hast du Glück, denn dort dürfen nur zwei Klassenarbeiten pro Woche geschrieben werden. Wenn du aber in Saarland, in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen oder Baden-Württemberg wohnst, für dich sieht es da leider anders aus, denn dort sind bis zu drei Klassenarbeiten pro Woche erlaubt. In Bremen oder Berlin gibt es dazu tatsächlich keine genauen Regelungen. Dort müsstest du dich dann an die zuständigen Behörden wenden.